How is on Yo, was geht? Ich bin Niklas von Escortment Wir spielen heute Crossout Und da ist der Mario dabei Guten Tag Guten Tag Der Mario ist jetzt schon länger Doppeln Code cycle Easy peasy Ja, war auch, sag mal so, ich hab's auch NRL eigene Sachen zu tun Ich mach auch gerne, aber ich will nämlich Ich hab mal so Da ist das entgegengekommen und deswegen Ja, wollte ich, hatte ich keinen Bock So, weil ich so viel Stress hab Und wenn ich so viel Stress hab, Aber Dann war ich nur noch stressig Und dann Weil ich keinen Stress mehr hab, weil durch Ein gewisser Huch im Sohn, sag ich mal Mich, ähm Piep gemacht hat Und Ja, und deswegen hat man ein bisschen so Stress Was Ich hab' den kriegen wir auch nochmal platt Los Niklas, gib' ihn Guter Junge Du machst du mich stolz Also in den, in den Spiel geht's eigentlich Man hat ein Auto Man kann es aufrüsten Und Da ist ja aufschießen Und kann es fertig Und so Zeig ich alle später Meine, 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 meine Da fahrt man nach hinten Händen Die Runde Aber nur leider nicht geworden Aber nur leider nicht geworden Aber es gibt, wenn ich jetzt Und ich bin jetzt level 7 Und ich bin jetzt level 7 Und ich schließe, wenn er hat man Auto hat, äh, ich hab jetzt 7.000, äh 1.700 und noch was rp PS Das ist gut Ja, das Spiel kommt nicht hauptsächlich, aber es kommt immer wieder Äh, ja Es ist so ein Mad, Mike, sowas, so ne, Apokalypse eigentlich Ja, Mado, bleiben wir hinten so ein bisschen Ja, aber ich will mal was ausprobieren, ob das hier funkt, das soll doch nicht Ja, mein Auspuff, der wackelt eh, richtig cool, ja Äh, hätt's ja festgekommen müssen, ne Ja, und er wackelt so Ja, wo sind denn die Arschköpfe? Ja, nach, ein bisschen rechts Also, das ist Mario, das ist rote Auto Hä? Was ist das? Ihr sagt, das rote Auto ist der Heiner Ja, und? So schön Ja Rot bedeutet für Aggressivität Ne Und, äh, ja War mal ein bisschen zurück, alter Alter, die Bomben nehmen mich kaputt, man Ja, ich bin dauernd Easy peasy Putter Dann bringe ich noch ein paar Freunde mit Okay, doch nicht mehr Ist gut Na, mal so gucken, wie du so rumtreibst Wie dieses Kamel Oder ein Fahrzeug Na, er lädt mich am Arsch Ist sehr am Arsch Das Auto, das geht noch Alter, was ist da los bei dir? Der macht zwei Schüsse und du bist dort von platt Ah, Alter, ich hab mich gut gehalten Nein, nein Shit, ich hab besser gehalten als du, Mann Ne, Mann Okay, also du hast Ja, ich hab mehr Punkte wie alle Au Okay, du hast 200 Punkte aufhast Ist okay Haha Okay Also ich hab's Ich hab's Ich hab's Wir haben so eh heftig starke Gegner Ja, Mann Ey, guck dir mal ein Teammate von uns aus In das Auto Ey, ey Ey, ey Ich hab' ein Panzer Ey, ey Ich hab' ein Panzer Ey, ich hab' ein Trecker machen Warte, da haben wir ein Knochen, alter Ja, ey, der hat voll den coolen Panzer Ah, da kam' das ein Lauch mal, so'n Schnittlauch Ey, komm, Fabian, die Gegner weiß rüber Ey, da haben wir Geschöße Ja ich versuche bei dem einer geschütze am arsch zu ballern alter nein von bleib ich im gestecken bruder ich hab stecken naja ist auch egal komm lass den idiot auch mal eine chance gewinnen ja auch mal eine aufschlusshilfe wo bist du? da bist du nücke pig oh shit oh ha läuft bei dir digga läuft bei dir der von uns oben bitte? naja ist ja auch colortyp und das spiel gibt es auf topis hier und auf steam kostenlos als auf steam netz sieg 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 alter das war ganz kräftiges sieg aber mein herrleiter dann dein anteil dein dein spruch und so leider ich hab nur ein benzinfahrt come on hätte ich zumindest auch bei erbt kann ich verkaufen kann ich mir wieder einen auspuff holen oder ich baue mich ernst auf so einen trecker für du ne ich baue mir jetzt nur einen bob also das heißt dauert ja eh noch aber ich hol mir bald auch einen trecker also das heißt ich hol mir ich baue mir einfach auch ein geht ja geht ja klar ne ich fahr Brücke hoch ich ich auch ich fahr runter ich mach jetzt ähm muhat ali style nein schweiß einfach rein sprain äh gibt auch ein kopf ich hab mir auch schon ein scheiß panzer man wir helfen diesen zehn kameraden ich lasse ihn nicht alleine bist du tot? ja alter what the fuck da 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 muss ich jetzt abhauen alter holy leg mir eine pimm alter aber ne den gegner spawnen eine ja hab ich doch nicht mein ich bin ja weg ich hab nur einen reifen Bruder ok das ist das ende für dich ok das war das beste für mich ehrlich das war das beste ist ein ist es so ok leute die runde lief nicht so ganz nach dem plan nenne wir pump schießen schießt das geschützt den und es ist nicht gut ja der typ ist ein mini auto da sieben warum er will er da jetzt bin ich gleich tot kaum macht er noch bis zu schauen was wir abgift so sieht es aus okay zwei rund machen wir noch also eine runde die noch und dann ist folgen endlich auch wieder heute hoffentlich haben wir jetzt besser ich habe hunger ich mache immer zu essen leckeres juli ja das macht jedes kind ich bleibe gleich ein bisschen weiter hinten nein 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 das macht das macht das macht das macht du hast die mega kanone möchte ich auch haben nein 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 nur drei rad haben drei rad haben drei rad ich und mein drei nein ich habe zwei rad oh yeah uch trama trala oh my ding 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 dong nickel pig wo bist du ja ok leute ich ach der ist gestorben tschüss und bis zum nächsten mal tschüss